Fussball, 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 essen, schlafen, Fussball, Fussball, Fussball. Es gibt Schlimmeres für mich. Es gibt Leute, die jetzt sagen, das ist ein bisschen viel. Ich sage, wenn man der eine oder andere Punkt holt, das eine oder andere ein gutes Spiel macht, wir haben das Leben lang eh nichts anderes gemacht als der Rhythmus. Und jetzt ist es noch ein bisschen dichter, aber wir haben es uns ja erarbeitet letztes Jahr. Und jetzt wollen wir schon das als Freude oder empfinden wir als absolute Freude. Und jetzt wollen wir schon das Freude oder empfinden wir als Freude oder empfinden wir als Freude. Und jetzt wollen wir schon das Freude oder empfinden wir als Freude oder empfinden wir als Freude oder empfinden wir als Freude.